Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute die ultimative, zufällige, exotische Waffen-Challenge, bei der wir versuchen, nur mit der Waffe vom jeweiligen NPC-Boss zu gewinnen. Und das Ganze geht so. Diese 10 unfassbaren Skins stehen uns heute zur Auswahl. Ich weiß, nicht alle Skins sind NPCs, weil ich halt einfach nicht alle Skins habe. Und deswegen wird auch der Deadfire-Skin mit dem Duty ersetzt. Der Explode-Skin mit dem Ghost Rider. Und anstelle vom Zwerg nehmen wir einfach diesen Skin hier. Warum? Weil der einfach genauso hässlich ist. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann liked das Video, lasst gern kostenlos ein Abo da und tragt auf ihre Mindcrater-Code-Wannabe im Itemshop ein. Ich stelle das Ganze jetzt auf Zufall und mal sehen, welchen Skin wir bekommen. Okay, Freunde, erste Runde. Und wir haben... Snowmando. Ist das euer Ernst? Wir kriegen genau den Typen, der keinen Schaden macht? Ich hab nicht genug Gold dafür. Ich hoffe, hier gehen gar keine Leute runter. Wobei doch, ich hoffe, dass hier Leute runtergehen. Ich kann eh nichts machen. Lol, wie viele sind hier? Die prügeln sich um eine Chest. Digga, was passiert hier? Ist der Typ überhaupt da? Wer ist da? Verpisst euch! Das ist meine exotische Waffe. Komm schon, Bruder. Ey, die kosten noch 400. Warte mal. Bin ich lost? Ich hab was vergessen. Ey, Snowmando. Gute Reise. Ups. Gute Reise. Hau doch mal ab jetzt. War's gut, du Duli? Wir sehen uns. Ja gut, dann bauen wir halt jetzt die größte Rampe der Welt und machen einen Abgang. Hör doch auf. Ey. Wo ist der? Ey, was will der von mir? Mach eine Biege, du Fliege. Der ist ja voll weggeflogen. Ab geht es. Wir sehen uns, du hohle Birne. Ich hab gedacht, ich sterbe davon. Oh Gott. Es ist schief gelaufen. Was ist das denn hier? Kennen wir uns? Hä? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier, Kollege? Ist das ein Freund? Ey, wollen wir Freunde sein? Boah, Bruder, was geht's, Alter? Alles klar bei dir? Yes, er ist ein Kumpel. Ehrenmann. Ehrenmann. Let's go. Ich arbeite mit ihm zusammen. Ab geht es. Ich bin Snowmando. Und ich hab einen Kollegen dabei. Alter, ist das geil. Ich liebe dieses Spiel. Ich weiß nicht wie, aber die Runde können wir echt noch gewinnen. Nachdem ich mich selber umbringen wollte und es nicht geschafft habe, können wir das echt noch schaffen? Was wird das hier? Wir können nicht weiterfahren. Wo bringst du mich hin? Was machen wir? Du musst mich jetzt töten. Die Reise muss ohne mich weitergehen. Bitte. Töte mich. Du musst es tun, Bruder. Doch. Töte mich jetzt. Los. Töte mich. Ich will doch nicht mehr. Kehl mich jetzt. Los. Bring mich um. Ja, ich will dich. Du sollst mich umbringen. Nein, ich darf keine Waffe haben. Nein, ich will dich nicht umbringen. Hör auf damit. Du musst mich umbringen. Töte mich. Ich liebe dich. Bring mich um. Los. Los. Ja. Bring mich jetzt um. Los. Ey, das kann doch nicht so schwer sein, in diesem Spiel hier zu sterben. Knall mich doch jetzt endlich ab, du ihren Loser. Ich hasse dieses Spiel. Mach's gut, mein Freund. Ich muss hier leider sterben. Ich kann mit dieser Waffe nichts anfangen. Die ist einfach nutzlos. Wenn du es nicht tust, dann wird es jemand anderes machen. Er will mich mitnehmen. Hör doch auf. Hör doch auf. Lass mich sterben. Ich will hier sterben. Er will das nicht. Junge, hör doch auf damit. Ich glaub das nicht. Du musst gehen, mein Freund. Lauf. Du musst leben. War's gut. Du musst ohne mich auskommen. Das war mein bester Freund ever. Seht ihr das? Das war mein bester Freund. Es ist so gestört. Dieses Spiel ist einfach so gestört. Okay, Freunde. Nächste Runde. Nächster exotischer Skin. Welche Waffe dürfen wir spielen? Und es ist... Ist es euer Ernst? Ist es euer Ernst? Das heißt, wir dürfen diese Runde nur die Slurp-Bazooka benutzen. Komm schon. Sei bitte da. Sei bitte da. Sie ist nicht hier. Sie ist nicht hier. Hey, hier ist gar keiner. Moin, was geht? Moin. Rück mal die Waffe raus. 600 kostet die. Ganz schön. Granate! Hallo? Da ist die Frau in Ruhe. Ich kann nichts machen. Ich bin unfähig. Was ist mit dem los? Muss er helfen? Friss das, Junge! Ich hoffe, der stirbt davon wirklich. Ist ihm das überhaupt was abgezogen? Ich dachte, die Waffe macht Schaden. Ich spitzhack den jetzt. Was ist denn mit dem los? Lol, der ist gestorben von dem Bot. Ist das sein Ernst? Das hätte mein Kill sein können. Oh mein Gott. Schwester, du hast ihn ja komplett umgelegt. Chilimili. Warte mal, zieht der das eigentlich auch Schaden ab? Moin! Ey, diese Waffe ist so sinnlos. Hey, da ist ein Lami. Was geht? Da ist einer. Da ist ein Sweatbear. Das ist doch der ideale Punkt, um anzugreifen. Ich gehe einfach auf den drauf, der stärker ist. Und wenn der das doch heilen sollte, dann könnte der mein Freund werden. Hallo? Was geht? Dafür fahre ich nicht. Das zieht dem nichts ab, oder? Ey! Willst du auch mein Freund sein? Ey, so einfach findet man Freunde. Komm her. Ich habe hier Heilung. Ich dachte, die macht Schaden. Mache ich irgendwas falsch? Ich werfe dem jetzt auch noch einen Biggie rüber. Das soll doch fair sein. Hier, nimm den Biggie. Ey, macht keinen Ärger. Ihr dürft euch nicht prügeln. Ich bin ein Streitschlichter. Ich helfe euch. Ich heile es einfach beide. Was machst du denn? Warum geht der denn auf mich drauf? Du hast den Falschen gekillt, du Idiot. Nächste Runde. Nächster Skin. Und wir spielen den Dummy Skin. Das heißt, wir dürfen diese Runde nur Double Pump benutzen. Ach so. Wer sich wundert, dass ich im Level ein bisschen höher bin. Ich habe noch ein paar Goldbarren dazu geholt, weil ich einfach die ganze Zeit gestorben bin. Wisst ihr eigentlich, wie schwer das Ganze ist? Der ist nicht da, oder? Der ist nicht da. Dieses ekelhaft hässliche Ding ist doch da. Hey, was geht's? Hey, let's go. Da ist sogar noch ein Lama. Was passiert hier? Okay. Ganz ruhig. Ich bin bereit. Da ist sogar schon ein Auto für mich already. Müsst du jetzt noch irgendwie den Typen um die Ecke bringen oder geht's los? Ey, wartet mal. Er hat gesagt, dass ich nur eine kaufen darf. Ich kaufe einfach fünf. Weißt du was? Wir wenden das Ganze. Nur mal das Lama da ist. Da hast du Leben, Junge. Das ist das Dümmste, was ich je gemacht habe. Okay. Eigentlich muss das funktionieren. Wir sind nicht ohne Grund hier. Denn ich werde versuchen, mit den Five Double Pumps jetzt gleich einfach in den Nullpunkt zu springen. Ey, ich hoffe, das klappt. Wir sind genau drunter, oder? So, auf geht's. Für den Weltrekord. Ihr seht ja, jeder Schoß katapultiert uns nach oben. Und eigentlich müssten wir relativ einfach nach oben kommen. Warum klappt das denn nicht? Oder da schießt er auf uns. Es geht abwärts. Welcher ehrenlose Drecksack schießt hier auf mich? Hör doch auf. Ich mache hier ein Experiment und der hört einfach nicht auf mit diesem Quatsch. Der habe ich eingebaut. Was wird das hier? Lass mich frei. Was passiert jetzt davon? Ah, wie schmeckt dir das, hä? Angriff von oben. Du kannst mir doch ewig hinkommen. Wo willst du hin? Der ist so tot, der Junge. Riss das. Was soll das denn? Ich hole doch hier hoch. Hör doch mal auf. Das ist so eine dumme Idee. Stürm. Gott, diese Waffenkombination ist so schlecht. Das ist das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Also wenn man mit den Waffen abgeht, ist das echt ein Pro-Game an diesem Spiel. Was hat der denn da am Start? Den holen wir uns kurz. Der ist doch schon. Der kommt ja einfach wie so ein Dicknie aus dem Boden raus. Du spinnst ja wohl. Das sieht nicht gut aus für dich, Bro. Schlecht der Neuigkeiten. Das war's. Es kommt ein Angriff von oben. Ich bin einfach nur noch in der Luft. Keine Chance für dich. Zweiter Versuch. Wir kommen schon noch da hoch. Keine Sorge. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie es geht. Ich muss einfach mal ein bisschen abwarten. Es hat echt geklappt. Oh mein Gott. Wie geil ist das? Leute, zieht euch das rein. Es hat funktioniert. Wir haben es einfach geschafft. Die Meta durchbrochen. Und jetzt geht es wieder runter. Er hätte das gedacht. Es ist wirklich möglich, mit dieser Waffenkombination von ganz unten nach da oben zu kommen. Ey, das ist ja wohl zu geil. Ich kann einfach fliegen mit dieser Waffenkombi. Weiß er, dass ich hier bin? Hallo? Er weiß es nicht. Er hat gar nichts gecheckt. Oh scheiße. Er weiß es doch. Oh nein. Schwitze, Bärser. Schwitze, Barometer geht ab. Ich hab den weggeschossen. Nein, doch nicht. Danke, war schön mit dir. Aber ich muss jetzt Hausaufgaben machen. Du kannst mir gar nichts, Junge. Du kannst mir gar nichts. Das kann nicht wahr sein. Der ist so hobbylos. Der ist mir den ganzen Weg gefolgt. Junge, hör doch auf mich zu verfolgen. Es gibt keine Autogramme. Du wirst jetzt eh sterben. Oh scheiße, ich sterbe selber von der Zone. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich brauch ein Plan B. Hilfe. Nein, sie sind von der Zone gestorben. Happy Fox. Es ist so schwierig mit diesen Pumpguns. Es ist so schwierig. Komm schon, gib mir irgendwas Gutes. Gib mir irgendwas Gutes, bitte. Okay. Wir haben den Cowboy-Typen. Das heißt, diese Runde dürfen wir Dual-Pistols benutzen. Die waren mal geil. Keine Ahnung, ob die immer noch geil sind. Howdy, Cowboy. Ich hätte gerne einmal die Dual-Pistols. Ich glaube, ich höre mir nur zwei. Fünf ist auf jeden Fall übertrieben. Wer kennt denn hier? Lol. Hast du Probleme? Kann ich dir helfen? Er hat richtige Probleme. Ich habe da irgendwas aufgeweckt, was ich besser nicht aufgeweckt hätte. Der Typ ist ja nicht ganz normal. Ich bin auch nicht normal. Das ist gar nicht gut. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Wow. Oh mein Gott. Okay. Ich habe verstanden. Die Waffe war doch voll geil. Ich erinnere mich wieder. Das war also der Grund, warum ich die damals so gut fand. Weil die 70 in die Fresse drückt. Okay. Lass uns den anderen holen. Guckt euch den mal an. Das ist der schlimmste Camper, den ich je gesehen habe. Digga, hast du Camping studiert? Okay, der war nicht übel. Was ist denn das für Eider? Junge. Junge, komm mal runter. Ich spiele nur auf Xbox. Sorry, Bro. Aber das war jetzt echt so einfach. Was war das denn? Ey, da campte er. Hast du das gesehen? Ja, like that man, du Hund. Digga. Der wollte mich umbringen. Du hast gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich enttäusche von dir. Komm schon. 23 Gegner noch. Und ich glaube, die Sweater haben wir schon hinter uns. Was findet ihr eigentlich besser? Mythische Waffen oder exotische Waffen? Und was ist eure Lieblings-exotische Waffe? Oh, da ist einer. Wir sind wieder back on track. Den holen wir uns. Wie ihr sagt, einer Dual Pistols. Ja, das ist gut. Schnappt ihn euch. Geht auf ihn rauf. Sehr nice. Den macht ihr fertig. Oder er macht mich fertig. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Die scheiß Dual Pistols. Sehr nice. Den haben wir schon mal. Aber ich habe irgendwie ganz neue Freunde gewonnen. Hört doch auf. Ey. Boah, ich bin so froh, wenn die Season 6 losgeht. Und diese ekelhaften Hunde einfach weg sind. Der wird sich kommen sehen. Der wird sich kommen sehen. Der hat so die 70er gefressen. Du kannst es doch eh nicht verhindern, Bro. Okay, vielleicht doch. Oh, ich hasse diese Effekte. Ich komme mir vor wie so ein fetter Superheld, der gerade in Donut isst. Stopp. Stopp. Komm jetzt raus. Dem geht es gar nicht gut. Oh nein. Dem geht es auch nicht gut. Wer ist das denn? Hau doch ab. Was willst du von mir? Immer diese Leute, die abstauben wollen. Ey, der wird seine Omi dafür verkaufen, dass er jetzt nicht verkackt. Sorry. Kann ich nicht gewinnen. Das ist unmöglich, Leute. Gegen solche Gegner. Das ist unmöglich. Fünfter Versuch. What the hell? Das ist schlimmer wie damals. Oh Gott. Fünfter Versuch. Wir müssen mit Fischkopf spielen. Was? Das heißt, ich darf nur Raketenwerfer benutzen. Das ist mein Vorletzter Versuch. Digger. Wir müssen jetzt ganz viele Raketen finden. Wow. Was passiert hier? Was war das denn? Hallo? Boot? Ey, was ist denn mit dem Boden hier los? Hallo? Was wird das? Ich will da hoch. Selbst das Boot hat keinen Bock mehr auf mich. Ey, ist das dein Ernst? Das kann doch nicht wahr sein. Was wird das? Das ist echt eine Fail-Compilation. Okay, dann nicht. Ich wollte sowieso lieber schwimmen. Da ist einer. Das ist ein Bot, oder? Das ist ein Bot. Den holen wir uns. Friss das Bot. Oh nein, das ist kein Bot. Das ist kein Bot. Was labere ich da? Egal. Ich habe den vierfach Raketenwerfer. Was hast du? Boah, Alter. Boah, ich habe ihn nur getroffen. Das hat ihm gar nichts abgezogen. Das ist ja der größte Müll. Wo ist der? Oh nein. Okay. 6 AP noch. Yo. Gefällt mir. Das Team ist gemeingefährlich. Was habe ich gemacht? Ich habe hier wilde, böse Mächte wach gemacht. Ey, das macht keinen Sinn. Ich schwöre auf alles. Das macht keinen Sinn. Das ist unmöglich, hier jemanden zu besiegen. Egal, auf wem man trifft. Er ist einfach Gott himself. Alter Schwede. Einfach schon wieder verkackt. Okay, Freunde. Letzter Versuch. Here we go. Ey, als ob da einer runter geht. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Okay, das wird nix. Ich habe keine Chance gegen den. Der hat einen Pumpgun und ich habe diesen ollen Revolver hier. Was soll ich denn dagegen machen? Locker, er kommt mir hinterher. Ey, der hat ja echt gar keine Hobbys. Hör doch auf. Ey. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr.